Das passt da nicht hin, mein Lord. So. Das passt da nicht hin, mein Lord. Das ist zu uneben. Kann ja sein. So was kommt vor. Das ist eine gigantisch große Platzverschwendung von dem gewesen. Ich würde mal sagen, hier fehlen noch mehr Gehöfte. Die Bauern haben gut zu essen, Sire. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Warum haben die so eine schlechte Zufriedenheit? Ich kann es euch nicht sagen. Wenn wir dann genug Käse haben, baue ich noch einen Vormannsposten für Käse. Also an Nahrung sollte es erst mal nicht mehr mangeln, finde ich. Ehre müsste jetzt auch ordentlich reinkommen. Da fällt mir ein, ich habe noch keine Burgkirche. Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Tatsächlich. Und der wird gerade am Folterrad gedreht. Für gewisse Sachen braucht man die Foltergilde. Ach, da ist noch einer drin. Wir brauchen vielleicht ein paar Sachen mehr zum Bestrafen. Hier ein Pranger. Wer nicht weiß, was es ist. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Hier eine Maske. War das die Maske? Ja. Und ein Folterstuhl. Peitschwasten ist nicht aus dem WSM-Studio, sondern es tut richtig weh. Da geht es nicht um die Lust. Pranger, klar. Da wirst du dran gehängt. Beziehungsweise Kopf und Arme werden da eingeklemmt. Und jeder, der vorbeiläuft, darf dich auslachen. Und dich auch mit faulen Obst bewerfen. Maske. Ja, ist ähnlich. Rat ist klar, Folterstuhl, da sind glaube ich Nieten dran oder sowas. Das ist äußerst schmerzhaft, wenn ich mich recht entsinne. Ach ne, der wird noch festgemacht und hier wahrscheinlich mit einer Kohlenzange gequält, so wie mir scheint. So, und verließ es gerade niemand. Das Volk liebt euch, Sire. Läuft eigentlich ganz okay. Wählt die Güter aus. Jetzt kommt der Käse schon. Ein paar Leute sind noch ohne Arbeit. Ich würde noch ein bisschen mehr Käse sagen. Ich kann nicht drehen auf diesen Sender rein. Das ist... Hier, Salz ist auch gleich in der Nähe. Das muss guter Käse werden. Kann ich denn was an Essen verkaufen? Nee, das ist blöd. Ich sage mal, Käse darf nicht verwendet werden. Ah ja, hier geht's auch. Dann sparen wir uns den Käse nämlich auf. Den verkaufen wir dann einfach. Wählt die Güter aus. So, wie viele Leute haben wir denn noch hier? Ah ja, es steigt. Und wir kriegen auch noch Geld rein. Wir sehen, ist da ordentlich Käse drin. Darf ich nicht drehen? So. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire. Die Güter sind auf dem Weg, my Lord. Ich hätte gern... Ich habe schon wieder eins gesetzt gebrochen. Ich hätte gern tatsächlich noch ein bisschen mehr Pfeilproduktion. Das kann ich eigentlich alles mit Pfeil und Bogen leisten hier. Woran hängt... Ach, Holzmangel. Habe ich... Ach, eine Burkküche habe ich gar nicht gebaut. Richtig. Ich weiß, ich baue immer... Das passt da nicht in, my Lord. Aber gerade in diesen Missionen ist es mir eigentlich egal. Funktionalität geht mir eigentlich immer für gewöhnlich um alles. Über alles. Und wir haben auch tatsächlich bald genug Bogenschützen. Wählt die Güter aus. Naja, Käse könnten wir wahrscheinlich auch noch einen zweiten machen. Und vielleicht einen... Wir können sogar noch zwei Vormalsposten bauen eigentlich. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire? Käse ist dann nur noch für den Verkauf da. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Bogenschützen, vorbereiten! So, ehrlich gesagt, mir würden da auch ein paar Leute einfallen, die ich gerne mal an so einem Pranger sehen würde, wenn ich ehrlich bin. Naja. Lassen wir das Thema mal. Kann man nur ins Fettnäpfchen treten. Vielleicht sieht die, wenn man sagt, wer... Könnte es sein, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Person gleich doch mal irgendwie auf mein Let's Play stößt. Auch wenn ich mir sicher bin, dass sie sowas nicht schauen, aber trotzdem. Das könnte dann sehr blöd werden. Unsere Sehnen sind gewachst. So, können wir das auch noch einnehmen? Wir bewegen uns. Ich hätte gern Eisen. Eisen von dieser Welt hier. Gebt uns nur ein Ziel. Gehen in Stellung. Würde mich sehr freuen. Achso, das war ja nicht wie in Stronghold Legends, wo ich einfach sagen muss, baue das ab. Eisen kann ich gar nicht machen, oder? Nö. Wählt die Güter aus. Kann ich Eisen verkaufen? Ja. Dann hole ich mich hier Eisen. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire. Die Güter sind auf dem Weg, mein Lord. Das Problem an... Ja, selber schuld. Das Problem an Verbrechen ist, solange ist eure Produktion halt stillgelegt. Und das finde ich immer sehr störend. Das Volk liebt euch, Sire. Wir haben Ratten und Verbrechen, aber ansonsten ist alles gut. Ratten werden vom Falkner Posten getötet. Das werden wir in der Simulationskampagne dann noch sehen. Wählt die Güter aus. Euer Zeichen, Sire? So, die gehört noch keinem, oder? Könnte ich eigentlich so ziemlich alle holen. Bogenschützen? Bereit machen. Bogenschützen in Bewegung. Der bringt Eisen, das ist gut. So. Das nenne ich doch mal eine richtige Produktion hier. So muss das aussehen. Und wenn das hier eins ist, dann kann ich da Brot anbauen. Beziehungsweise... Also nicht anbauen, sondern ihr wisst schon. Da werde ich aber viel mehr Holz brauchen. Da baust du natürlich nach. Auch wenn es kein Mensch braucht an dieser Stelle, es muss da sein. Wie so eine Zwangsneurose. Es muss aber da sein. Alle Bäume müssen blau sein. Ich weiß nicht, ob eine da ausreicht. Will doch eine Massenproduktion von daher. Ich bin interessiert, ob ich damit alle versorgen kann. Also, ob alles ausgelastet ist. Das wird knapp. Ich glaube, da fehlt... Doch, doch, doch. Hätte ich nicht gedacht, aber es geht. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Wählt die Güter aus. Wir sind eure Leute. Habe ich nicht noch mehr gehabt? Eure treuen Bogenschützen. Die Männer sind guter Dinge. Ach, wie angenehmer das ist, wenn der Typ tot ist. Was hatte ich eigentlich noch für ein Ziel? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach ja, Kontenländereien. Ja. Das kriegen wir jetzt auch demnächst hin. Das geht jetzt schnell. Wenn ich einmal in Fahrt bin, dann läuft es für gewöhnlich. So. Ich brauche hier eine Burgküche. Was bauen wir hier an? Ich hätte gern Gemüse. Oh, nee. Das kostet ja... Okay, die kostet wegen genau das. Ich habe viel zu wenig vom Holz. Ich würde sagen, wir bauen da Schweine an. Wir brauchen allerdings hier auch noch ein bisschen mehr Essen. Damit uns die Leute nicht weglaufen. Und dann noch mehr Schweine. Jetzt warten wir erst mal, ob wir das hinkriegen. Der Vormannsposten bringt uns dann die Schweine rüber und dann ist alles gut. Brot haben wir noch keins bisher. Unsere Bögen werden singen. Bogenschützen unterwegs. Hier könnte ich die Fischteiche dann hinmachen, aber dafür habe ich auch nicht genug Geld. Für solche Späße. Wir sind bereit. Ist Brot verkaufbar? Nee, bloß Käse. 50 Käse könnte ich verkaufen. Allerdings freue ich mich auch, wenn der Nahrungsvorrat steigt. Ich habe das Gesetz gebrochen, mein Herr. Bogenschützen, vorbereiten. Belästige mich auch nicht mit so einem Scheiß. Unsere Truppen werden angegriffen. Die Bauern brechen ständig das Gesetz. Die Gesetze waren damals aber noch ein bisschen schärfer. Da wurde meistens für Nichtigkeiten schon umgebracht. Wilderei. Unsere Sehnen sind verwachsen. Und wenn du dann nochmal erwischt wurdest, dann war das meistens dein Todesurteil. Oder es wurden ein paar Finger abgeschnitten, je nachdem. Also die Strafen waren schon sehr grausam im Gegensatz zu heute. San-Kolumban. Es erfüllt uns alle mit Stolz, wie ihr die Länderei verwaltet. Über die Hälfte dieser Grafschaft ist jetzt in unserem Besitz. Ja. Bogenschützen, bereit. Edwin, ihr sollt euch für mich um dieses Gebiet kümmern. Also sagt mir, dass ihr alles unter Kontrolle habt. Ich will meine Truppen hier nicht einsetzen. Natürlich, Eminenz. Ich meine, Sire, mein Herr. Alles ist prächtig. Hier gibt es keinerlei Probleme. Kein einziges. Das verheißt nichts Gutes. Der Hammer hat vielleicht Interessen hier. Wir sollten wachsam bleiben. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwo an der Seite einkommt. So, ja, Attacken finde ich immer sehr gemein. Mir gegenüber. Wählt die Güter aus. Da bin ich jetzt noch gar nichts reingekommen. Diese Lieferung wird zurückgerufen, Milo. Steele, ihr dreister kleiner Emporkömmling. Sehen wir, wie ihr damit fertig werdet. Womit? Was hat er gemacht? Ich sollte vielleicht auch mal speichern. Ich habe noch nicht ein einziges Mal gespeichert. Fällt mir gerade so auf. Super. Sorry, Mikro. Wir haben es gleich. So, jetzt müsst ihr wieder passen. Spiel gespeichert. Eva gleich plötzlich tot sind. Ah, er greift auch nicht vor still. Eure treuen Bogenschützen. Unsere Bögen werden singen. Wir sind bereit. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Rein halten. Zurück bleiben, Speere. Bogenschützen vorbereiten. 35 müssten wir uns eigentlich so weit schaffen. Wenn die Bogenschützen nicht so lange anhalten, um zu schießen, soll es keine Probleme geben. Sie können sich nicht entscheiden, wie mir scheint. Das ist aber unser Vorteil. Ja, ein Leitanträger wird jetzt nicht so viel reißen, glaube ich. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ja. Frage ich aus der Vorrat. Naja, wir werden sie nie rausfinden. Jetzt fehlt uns tatsächlich Ehre. Ich gehe immer aufs Verlies anstatt auf die Burgküche. So, haben wir denn hier schon das Erste drin? Es könnten ein paar Schweine mehr sein, wenn ich ehrlich bin. Also, dann los! Ah, wir haben auch ordentlich was gekriegt. Vielleicht sollte ich auch einfach noch mehr hier anbauen, also Schwein. Das könnte man auch gleich mit kombinieren. Die brauchen nämlich auch unglaublich viel Platz. Wenn ich euch dazu Centuryentsилась, hat ihr hinter sich anbauen sonstily geht. Die brauchen Leute zu sein. Enter, 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 Enter. Enter, Enter, Enter. Enter, 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 Enter. Das ist ganzはいien, Ihr Jör. So, dann haben wir Enten und Schweine und alles hier rüber. Dann kriegt man auch ordentlich Ehre. Was zum... Wie zur Hölle kommen die da rein? Ach, da hat er einfach mal so einen Belagerungscamp errichtet. Das ist ja nett. Was war denn das? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Das Folterrad war hier. Pranger steht noch. Folterstuhl haben wir noch. Die Maske hat er zerstört. Die Maske in grün. So. Wenn einmal das Mikro verändert ist, dann denke ich immer, es ist falsch. Wählt die Güte aus. Wählt die Güte aus. Was bringt denn der? Warum bringt die Käse? Was soll denn das Scheiß? Erst könnte der Käse rausbringen, aber ich möchte eigentlich... Ich möchte eigentlich nicht, dass der Käse rausbringt. Bringt die selbstständig das Zeug raus? Das wäre natürlich auch fast. Wenn wir gar nichts machen, machen wir das selbstständig anscheinend. Euer Zeichen, Sire? Ich brauche nicht alles. In Bewegung. Wählt die Güte aus. Naja, läuft. So. Wir bewegen uns. Wir brauchen uns die Linderrei auch gleich mal. Klar, ich könnte das jetzt noch richtig mega ausbauen, alles. Aber ich möchte es nicht. Wir sind eure Leute. Wählt die Güte aus. Also. Und sogar noch ein paar Leute. Diese Lieferung wird zurückgerufen, Milo. Ach, jetzt habe ich die Apotheke. Schön. Die hätte ich wirklich gern. Unsere Burgherr geht es nämlich nicht so priggelt. Jetzt haben wir zwar haufenweise Bögen, aber keine Ehre. Das ist auch mal ungewöhnlich. Für mich. Für gewöhnlich habe ich unglaublich viel Ehre. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, davon hätte ich gern ein paar mehr. Damit wir alle in das Pik essen können. Wählt die Güte aus. Wenn ich nichts auswähle, kann es sein, dass ich dann selbstständig das Zeug auch rüber kann. Das wäre natürlich schön. Eure treuen Bogenschützen. Voll versumpft, das Land hier. Ui, das sind aber viele. Das Schütze ist ein bisschen besser, mit diesem Gefühl. Ist ja auch kein Wunder. Darf ich denn jetzt eigentlich... Ah, ich habe nicht genug Geld. Ich wollte gerade fragen, ob ich jetzt vielleicht endlich mal... Katapulte bauen dürfte. Bringt mir sogar Ehre ein. Interessant. Könnte ich... Ne, es ging nur in Stronghold Legends ansehen, wie viel Ehre man hat. Könnte man nicht auch Statuen bauen? Ich könnte auch ein Kloster errichten. Bringt auch Ehre. Es gab doch eigentlich auch Statuen. Ah, die habe ich wahrscheinlich noch nicht. Oh, wie denn da? Ach so, die jagen, okay. Bisher sehe ich einen Apotheker, da sehe ich noch nichts machen. Mach mal deinen Dienst. Vielleicht wird er so geheilt, wenn er bürgerlichen Pflichten nachgeht. Wählt die Güter aus. Ja, steigt doch rapide an. Wählt die Güter aus. So, ich soll erst mal schön Brot rausbringen. Wählt die Güter aus. Ja, ja, ja. Kann ich bald anfangen mit dem ersten Schwein? Gerne in 50er-Schritten. Ist mir irgendwie lieber. Ja. 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 –